Ich will spielen. Los. Auf der Stelle. Sofort. Mann, mach Ende. Ich will Unreal Tournament spielen. Los. Starte das verdammte Spiel. Starte das Spiel durch Mohans Sohn. Ich will spielen. Ich sag's nicht noch einmal. Los. Aus dem Weg. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was ist geschehen? Ich will Unreal spielen. Schnell Start. Jetzt geht's los. 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 Spielen. Du Wichser. Spiele ihn. Unreal Tournament spielen. Es lädt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten. Ich will nicht warten. Ich will jetzt auf der Stelle spielen. Ich will nicht, dass es lädt. Positiv wählen. Einfach positiv wählen. Gleich geht's los. Positiv. Ja. Es geht los. Es geht los. Ja, du Hurensohn. Nimm das. Früss das. Ich hab ihn umgebracht. Ho, ho. Los, los. Friss das. Friss deine geschmolzene Scheiße. Du Hurensohn. Ich werd dich umbringen. Nee, nee, nee. Ich hab verloren. Ah, ha, 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 ha. Ich hab verloren. Ja, ja, ich drück noch Feuer. Der, der, der Escape-Klopf fehlt. Der Escape-Klopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Klopf? Ich will, wo ist der? Wo ist der? Ja, ich find ihn nicht. So, ich brauch's kein Hilfe und Support. Ich brauch keine Hilfe. Ich brauch keine Hilfe. So, der Knopf als Ende-Knopf. So und so, so, jetzt mach ich euch gleich fertig, du Hurensohn. Gegenheit, er geht nicht. Irgendwie, ich werd euch fertig machen. Ich werd euch einfach fertig machen. Frisch das, du Hurensohn. Ich werd dich fertig machen. Ja, ich werd dich fertig machen. Ja, ich werd euch alle töten. Ja, Frau BFK, HBDK. Frisch das, du Hurensohn. Ich werd dich fertig machen. Ich werd dich fertig machen. Ich werd dich einfach. Ich werd dich einfach abknallen. Mit der Soh-Drei-Föh-Trüppel werd ich euch einfach abknallen. Welcher Hurensohn schießt auf mich? Irgendwann Hurensohn schießt auf mich. Nee, geh ihn. Vergib dich verdammt nochmal. Nee, geh ihn. Nee, geh ihn. Jetzt muss ich da warten. Nee, geh ihn. 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 Nee, geh ihn.